Ne, ich will nicht mehr. Nein, ich mag nicht mehr. Kein Bock mehr. Was machst du da? Was ich da mache? Hast du mal gesehen, wie schrecklich die Schilder mittlerweile aussehen? Ja, der Grill-Junkie sieht schon ganz schrecklich aus. Die werden jetzt neu gestrichen, neu eingelassen und dann kommen sie wieder hin. Ja, Freunde, was habt ihr zu ihr gedacht? Dann musst du aber das Ding da außenrum auch gleich mitpinseln. Das kann man machen. Ja, hallo zum neuen, kleinen, ja, Grillgroter-Bau-Update-Video. Die Teile werden angeschliffen, abgeschliffen, neu eingelassen und die Schriftzüge mit der Farbe nachgezogen. Und das machen wir in diesem Video. Tja, die Teile habe ich ja damals so bekommen, Guckuck. Und die waren schon eingelassen, aber leider nicht mit so einem qualitativ hochwertigen Mittel, wie wir das verwenden. Muss man leider so sagen. Und ja, jetzt werden sie halt kurz angeschliffen. Erster Gang mit dem 180er, dann habe ich noch ein 320er, glaube ich, ja. Und ja, schleifen, schleifen, vorschleifen, nachschleifen und dann werden die, ja, komplett nochmal neu eingelassen. Also ich mache jetzt bloß die Vorderseiten und die Kanten, Rückseite, ja, gehe ich vielleicht auch mal drüber kurz. Okay. Ja, das war's dann. Rückseite habe ich eben auch geschliffen, angeschliffen. Es reicht ja wohl, wenn ich graue Haare bekomme, dann muss die Schriftzüge auch noch grau sein. Ja, dann suche ich mir mal unsere Farbe. Da können wir das angeblich schon einbindeln. Aber ich werde noch Holzklötze drunterlegen, dass, wenn es da runterläuft, dass das hier nicht neben Papier festklebt. Tja, Freunde, wir haben die Koranol verwendet. Ja, Pinje Kiefer war das, glaube ich, ganz genau. Genau. Und mir persönlich ist das Mitte jetzt das Beste, was mir bisher untergekommen ist. Das Zeug ist einfach geil. Aber jetzt haben wir auch die Terrasse alles gemacht. Alles einheitlich. Oh je, der Botte steht halt jetzt schon wieder zwei Jahre. Das merkt man. Mal schauen, ob ich den Mist nochmal gescheit aufräumen kann. Das ist halt das Problem, wenn sowas lange steht, dann bilden sich solche, naja, Barzen. Ich probiere jetzt mit dem Akkuschrauber und dem Quoll das aufzurühren. Ein paar Bröckerle haben wir halt noch drin, aber ich denke, die Farbe können wir jetzt wieder verwenden. Wäre schade, warum so ein Kübel kostet 50, 60 Euro, wenn nicht noch mehr. Und das sehe ich einfach nicht ein, dass man das dann einfach so wegschmeißt. Das schleife ich dann lieber, wenn es trocken ist, nochmal leicht drüber. Die Vorderseite siebt man die restliche Farbe durch ein Sieb, durch so ein Lackiersieb. Ja, und streiche dann einfach nochmal als letzten Anstrich nochmal drüber. So, das ist mir jetzt ehrlich gesagt lieber, als das ganze Zeug wegzukippen. Viel Bröckerle haben wir drin, Schatz. Ja. Aber ich kann es nochmal verwenden. Ich weiß nicht, dass wir verkleckern. Ja, mei. Weißt du, schleife ich nachher dann nämlich nochmal an. Am Schluss die Oberseite, die Sichtseite, filtert das Zeug nochmal durch und streicht. Macht dann nochmal an Anstrich. Du hast hier Nasen. Das ist doch mir Wurst. Das ist nicht Wurst. Wir haben auch gestrichen ohne Nasen an der Brille 2. Ah, warum? Ja, die Rückseite wäre soweit fertig. Da mache ich dann gar nichts mehr. Erst einmal jetzt antrocknen lassen. Und dann kann ich es umdrehen und die Vorderseite streichen. Und wie ich es ja jetzt schon zweimal gesagt habe, am Schluss schleife ich nochmal drüber. Leicht. Tut es die Farbe nochmal durchsieben. Und dann gibt es dann den Deckanstrich. Ja, mittlerweile schon an der Außenseite. Weil das Zeug soll ja auch trocknen. Wenn ich jetzt wirklich innen die Schrift nachzeichnen will, sollte das richtig trocken sein. Aber das muss ich mir echt noch überlegen. Ob ich das überhaupt mache. Na, ich glaube schon. Es kann natürlich auch sein, dass die Bretter nur abgeflammt waren. Leute, das kann ich euch gar nicht sagen. Dann wird das erklären, warum die schon so furchtbar ausgesehen haben. Aber, ja, danach sehen sie wieder gut aus. Hehe. Na ja, vielleicht muss ich ja gar nicht nachschleifen. Sieht doch schon mal recht gut aus. Dann gehen wir halt da überall auch noch einmal drüber. Einfach damit es, ja, nachher gleichmäßig ist, die Farbe. Tja, Freunde. Das war es dann so weit schon. Jetzt muss ich bloß noch ein bisschen anziehen, damit ich das an den Schrauben packen kann und wieder hinschrauben kann. Hier drin, das heißt, die Farbe in der Schrift ein bisschen dicker. Die sollte noch ein bisschen anziehen, dass man das nachher nicht rausläuft. Aber ich denke, das kriege ich heute alles noch hin. Jetzt verlass mal der Früstwachs sehen. Ja, schau es dir an. Also ich ziehe jetzt die Schrift nicht nach. Die lassen wir jetzt so erst einmal. Meine persönliche Meinung ist, ich hätte eine Mini-Mini-Dose Mahagoni oder Nussbaumlasur gekauft und hätte das ausgepinselt. Dann schraube ich es noch einmal weg. Da fragen wir jetzt die Zuschauer, was hältst du davon? Das ist meine persönliche Meinung. So mit dunkler Lasur. Du machst mich wahnsinnig raus. Meine Meinung, ich schaue mal. Vielleicht habe ich ja noch irgendwo was rumliegen. Wer suchet, der findet. Dann nehmen wir einfach noch die dunkle Schlonze hier. Dann schaue ich mal, ob ich das einfach noch nachziehen kann. Das ist auch so eine Pissbrühe. Das ist wirklich eine Billig-Pissbrühe. Da hat der Riesenkanister, ich glaube, 10 Euro knapp gekostet. Der nimmt die Farbe nicht einmal an. Dann fluten wir die Schriftzüge einfach mit der Farbe. Warten, bis es ein bisschen angezogen ist. Und dann versuchen wir es noch einmal nachzustreichen. Aber ich besuchte hier das Schlimmste. Tja, das Problem liegt hier definitiv an der Wasserfarbe, an der billigen. Naja, das funktioniert nicht wirklich. Weil der Lack ist ja wasserabweisend. Und wenn ich da jetzt einen Wasserlack neidue, ist das natürlich blöd. Aber ich lasse das jetzt noch eine Weile liegen. Vielleicht trocknet das ja doch so weit ein. Könnt ihr das da im Eck sehen? Da unten? Habe ich gerade gefunden. Tja, und deswegen poppele ich jetzt die ganze Farbe nochmal raus. Ja, das mache ich ja und Josef. Die Pampe ist zwar auch auf Wasserbasis, Acryllack auf Wasserbasis. Ja, geil. Warum ist er Krüllack auf Wasserbasis? Aber der hält zumindest halbwegs. Tja, und jetzt gibt es halt ein bisschen Kunstmalern. Dass Frauen immer so viel lästern müssen, Leute. Ich gebe mir hier so eine Mühe. Und dann kommt Schatzi doch tatsächlich an und fragt mich, ob man das wieder rausschleifen kann. Ich glaube es ja gar nicht. Und dabei kann sie ja noch froh sein, dass ich den Schriftzug schwarz gehalten habe und nicht rot gemacht habe. So, jetzt bloß noch ein paar Ecken nachpinseln. Und dann muss das Ganze bloß noch trocknen. Beziehungsweise ein bisschen antrocknen, dass es nicht mehr laufen kann. Und dann können wir es wieder montieren. So, Leute, lassen wir es gut sein. Lassen wir es anziehen und dann schrauben wir es wieder hin. So, Freunde, ich bin jetzt tatsächlich hier noch mal ganz kurz mit dem Heißluftfüllen drüber. Einfach, dass die Farbe noch ein bisschen mehr anzieht. Dass man es nicht mehr rauslaufen kann. Aber so sieht es jetzt gut aus. Und jetzt gehen wir rüber und schrauben es fest. Ja, Leute, dann wollen wir mal. Oh Mann, wie warm das drin. Schauen, dass wir halt nichts gerade sind. Fertig. Was wir jetzt noch machen, jetzt schauen wir uns doch die Sommerbefernzung von Schatzi von der Grigota genau an. Also, ich finde, das sieht gut aus. Gefällt mir. Tja, schöne bunte Blumen wieder. Das hat schon was. Das ist schon ein Schmuckstück hier vorne im Hof. Oh, da hinten muss ich noch eine Distel rausrupfen. Mache ich auch die Tage. Tja, so schaut es aus. Tja, hier halten jetzt noch schnell die Kohlen vor. Weil heute gibt es bloß noch ein paar Würzchen mitten ja, den Rest von den letzten Tagen, dass das auch wegkommt. Tja, Freunde, das war es dann mit dem kurzen Grigota-Bau-Update. Restaurationsvideo, wie man es auch nennen will. Was bringt die kommende Woche? Wenn mein Paket kommt, dann gibt es eine Grillei-Verlosung. Bin ja gespannt, ob es irgendjemand dann richtig errät. Ja, und ansonsten gibt es nur schnelle Sachen. Vielleicht, dass ich wieder was mit dem Optikgrill mache, aber da kann ich jetzt momentan noch nichts dazu sagen, weil ich einen Haufen anderer Arbeit noch habe die Woche. Und naja, wir werden sehen. Und ihr natürlich auch. In diesem Sinne, Tchaikovsky, bis zum nächsten Mal. Jetzt hast du mal noch einen Schluck Kaffee.